Von uns sind die in der Web platt gewesen. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Focus Morales ist wohl ja. Ich sehe schon Mutas, Polymorphs und Serat-Ullomanayern. Und ein Gefängnishonsul. Und daran, dass die Mutas, falls sie die skillt, nicht mehr sterben. Die müssen getötet werden. Ah. Und die hat für jeden aktiven Muter Heilung, ne? Falls sie das skillt, ja. Gibt's auch einen coolen Bug. Wenn du das benutzt auf ein Camp. Also du hast Vision auf ein Camp. Und machst dann Mutas drauf. Du hast einen Cooler und machst immer mehr Mutas drauf auf das Camp. Aber die schaffen das nicht erst zu machen, das Camp. Das resettet die ganze Zeit. Denn Mutas sterben da aber auch nicht. Weil die die ganze Zeit das Camp machen wollen. Und dann kannst du da 10 Mutas drauf stacken. Und hast im Prinzip ein Non-Stop Morales Heal. Das ist ja geil. Geht das noch? Kannst du dich streckend vor den Core stellen? Das ging auf den PTR. Ich weiß nicht, ob wir das gefixt haben. Lol. Das wär ja richtig cool. Boah, stell dir vor. Das ist schon ne Arzaparket. Kannst du mal eine nächste Runde ausprobieren? Kann ja ruhig einer von euch ausprobieren. Ich möchte jetzt erstmal Carrigan spielen. Ich hab auch genug andere Lieblinge, die jetzt ein bisschen verbessert wurden. Zum Beispiel Abatour. Was hat denn der Gul'dan bei uns für ein Brotaborträger gehabt? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ein Helm. Ein Helm? Dann Rang 1 letzte Season. So, so. So wie alle anderen auch. Ja. Machst du einen auf Symbio oder was? Ja, was denn sonst? Ja, dann mach ich den Lemmensch Morales. Ja, gut. Keiner gibt Bot, hab ich gehört. Nice. Zwei. Eins. Bin auf dem Weg in die Schlacht. Beginnen. Hahahaha. Keiner da, ne? Vorsicht. 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 In der Mitte. Achso, jetzt ist keiner von euch. Organismus Abatour. Bei dir. Selbe Stelle. Willst du draufhauen? Ah, da geht guter mal ein Ding da. Ich glaube, der war da oben. Ah. 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 Ich bin bald. Ich bin bald. Du. Verbest. Wir haben alles vor, bei uns. Herrlichkeitswahl. Sündigons verpflanzt. Von Mitteltapfen. Versterrt. Verstärkt. Dass einer dieser wesentlichen Stärkischen Ehrenähe herrscht war. Ich ziehe mich zurück. Du. Jetzt noch die Hände. Inbreich der Kampfleistung. Du. Verstärkt. Verbessert. Dann ist bald Finisher. Dann ist bald Finisher. Ich musste raus wegen dem Attack Speed. Was geht in der Mitte? Sag doch was. Ich dachte, ich kriegts. Jetzt nicht drauf geachtet. Ja unten Easy-Camp. Geist. Und nach dem Easy-Camp Hard-Camp bei 420. Denkst du die Mali? Ich halte dich hier hoch. Oder wir haben... Wir haben die Serato. Wir sind genau in Richtung Serato. Für die Serato. Jetzt mal langsam Richtung Hard-Camp aufmachen. Oder vor dem Potter weg. Bei 420 sollte es fertig sein. In der Mitte. In der Mitte. Oh, eine Millisekunde bis man eh bei dir gewesen wäre. Sequenzen verstärkt. Schade, waren zu krasse Unterzahlen. So, Hard-Camp pusht oben. Ist halt jetzt doof, dass wir abgeholt worden sind. Ich geh trotzdem schon mal zum Tempel. Symbiont verpflanzt. Du verstärkt. Ja, Gul'dan ist hochgegangen zum Deffen. Gut. Und das Building ist trotzdem fast da. Nice. Nein, ich bin ein Schwein geworden. Alter. Das Schwein ist riesig. So hart da rein chastet? In 3 lower? Ja. Ich sag ja nur... Ich kann... Ich hab nur einen Heizstrahl. Keinen Zauberstrahl. Nicht so oft. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kali! Kuhne kommt. Ich komme. Einer muss Mitte. Kannst woanders hingehen. Ich habe keine Mana mehr. Scheiße. Ich mache das schon. Muss man zurückporten. Komm runter. Müssen wir wieder jemanden Top gehen holen? Wenn sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Röchter, lasst ihnen in dieser elenden Sterblichen in ihrer Nähe alle grenzen. Wollen wir nicht abgehen. Ja, alleine brauchen wir ja nicht viel. Ich habe eine Hand zu dir. Dann geht Top. Timo, was mit dir? Och, ich fänge so ab. Ich habe einen Schwerpunkt. Wollen wir ihn fliegen hoch. Oh mein Gott. Ah, okay. What are we doing? We're all sitting there alone. We're all sitting there alone. All right. All right. All right. All right. We're doing this. We're gonna go all alone. Was ist das? Alles klar. Also die Bulldan macht ja nicht so richtig viel, ne? Ja, da macht eigentlich gar nichts. Blindstack Anwesenheit. Und? Die Magie meiner Zell wird versiebt. Kamps? Ja, nee. Hartkämpfe jetzt, Verschwendung. Das hätten wir vorher machen müssen. Derfen. Oh Gott, immer derfen. Ich mach weiter lernen. Ich kann eh nicht viel machen neben dem Boss. Oh Gott. Was du heute kannst. Oh Gott. Kommt, Hartkämpf machen. Schnell. Ja. 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 Oh Mann. Du musst schon schreien wenn die Heilung braucht, ich passte nicht so genau, ich sag dann ich bin nicht so gut mit Yield. Macht ja nichts, das blöde war wieder, dass der Gul'dan unten gecashed worden ist. Und ich dann dachte, komm ich helfe ihm. Die Gruppe hat ja auch einfach gekümmert. Komm mal. Gute. Vielen Dank. Das ist einfach keine Ahnung, was wir jetzt kriegen Der Siratul fahrt mich jedes Mal einfach so ab Aber der wurde nicht verbessert, oder? Keine Ahnung Ich glaube nicht Ich finde zumindest nichts Ich glaube nicht 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 Ich finde nicht Sch limiting Ah, das sind Zwickmühle, ne? Ich versuche mal alleine den Tempel unten zu kriegen, deft mal. Ah, es ist eh vorbei, ich glaube nicht, dass wir es halten können, aber ich probiere es. Nein! Silence halbe Stunde mit Schweinchen und allem drum und dran. Dunkelheit umhüllt ein. Ach, was will zu tun? Oh, Lüdigkeit kennt keine Grenzen.